Wir kommen in diesem Jahr aus Mexiko. Ich könnte sagen, ich kenne die Mexikaner schon bei 4.000 Ironmans. Und die werden heute noch mit Sicherheit die Ziele hier auseinandernehmen. Servus. 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 Das kennen wir nicht. Ne, ne. Das ist undercover. Wir kommen noch mal an. Die haben mit einem Flussuss. Das ist die Parallelangriff und klopft aus der Wörter. Wir machen das nicht nur – es ist der Koffer. Der Koffer der Wörter kommt jetzt erst aus der Wörter. Ist es Jeremy Juncker? Der Koffer wird dort mit ihm zum ejemplo. Der Koffer wird stetschen. So ist die Karalloffer. Der Koffer wird dort in die Zukunft der Koffer oder mit uns für die Koffer wahrgenommen. Die hat die Koffern gesetzt. Der Koffer wird mit ihm, den Koffer wird geholfen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.